Mach es einfach, 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 ja mach es einfach, mach es einfach. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Die heutige Episode ist eine Bonus-Episode, ist eine Shoutout-Episode, denn in der heutigen Episode möchte ich ein Announcement machen. Und zwar ist seit heute ein neuer Podcast online, der Lee Won oder Levone Podcast mit Calvin Hollywood und Ben Ouattara. Und das ist ein exklusives Announcement, was ich jetzt hier mache, denn ich möchte dich dazu einladen, diesen Podcast dir anzuhören, den zu abonnieren und dich zu freuen auf das, was kommen wird. Denn ich habe ein Projekt mit Calvin gestartet und wir haben sehr oft einen Austausch, immer wieder wenn wir uns sehen, über die letzten Jahre, über dieses Thema Lebensqualität. Sehr viele Leute sehen dieses Thema Life-Work-Balance. Ich habe mein Leben und ich habe meine Arbeit und ich versuche mein Leben zu optimieren und versuche meine Arbeit zu optimieren, aber dein Leben und deine Arbeit sind eins. Am Ende des Tages geht es darum, das zu vereinen und die Lebensqualität in deinem Leben zu skalieren, während du dein Business skalierst. Es ist kein Entweder-Oder und das ist bei vielen Leuten im Kopf dieses, ich arbeite entweder harte Arbeit oder Spaß. Arbeit macht keinen Spaß oder wenn ich mal eine Pause mache, dann will ich nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben und dieses Feierabend und dieses Wochenende. Teilweise schon wie viele Leute, die einen Job haben und den Job nicht mögen und das Gefühl haben, ich mache das nur, weil ich arbeiten muss und weil ich Geld brauche. Genauso haben sehr viele Unternehmer, sind in dieser Falle und in diesem Stressmodus drin und haben irgendwie das Gefühl, okay, wenn ich irgendwann an diesem Punkt bin, dann kann ich endlich mein Leben genießen. Und es geht darum, wirklich den Weg zu genießen, denn dein Leben ist der Weg. 90 Prozent, 95, 99 Prozent des Weges ist der Weg, um dein Ziel zu erreichen. Deswegen ist es wichtig, diesen Weg so zu gestalten, dass er lebenswert ist. Und darum geht es in diesem Podcast. Sehr viele Tipps, sehr viele Tools, sehr viele Anekdoten. Es wird sehr viel auch um das Thema Mindset gehen, weil das ist am Ende des Tages nichts anderes als eine Art und Weise zu denken. Viele Sachen weißt du, aber machst du sie auch wirklich? Ich habe so viele Leute bei mir im Coaching, die, wenn ich denen sage, wann hast du das letzte Mal einen Tag, einen Tag nichts gemacht, wo du einfach nur bei dir warst, dich nicht abgelenkt hast von irgendetwas, wo du nicht gearbeitet hast, wo du nicht über Sachen nachgedacht hast, wo du nicht das, das, das erledigen musstest. Es ist einfach einen Tag, wo du von morgens bis abends einfach in Ruhe warst und Zeit hattest, bei dir zu sein. Ich rede mit Menschen, die mir sagen, die sind teilweise 40, 50 Jahre alt, die mir sagen, noch nie. Weil sie immer in ihrem Hinterkopf diese Stimme haben, die sagt, du musst noch das machen, ich habe keine Zeit und hier und da und da oder es ist egoistisch, wenn ich jetzt für mich die selbe Zeit nehme und so weiter und so fort. Was ist das für ein Leben? Das ist ein Mindset. Es ist nicht, ob du Zeit hast oder nicht. Es ist das, was du glaubst, was du hast oder was du nicht hast. Es ist das, wie es sich anfühlt. Und dann gibt es Leute, die sind sehr erfolgreich und haben trotzdem immer noch diesen Druck im Hinterkopf und diese Angst, was ist aber wenn das, was ist wenn hier, was ist wenn da. Und man denkt, man lebt immer im Mangel. Also es gibt sehr viele Themen, die dazugehören, wie man wirklich diese Freiheit bekommt, wie man seine Freizeit skaliert, während man sein Business und seinen Umsatz skaliert. Es ist kein Entweder-Oder, weil dann gibt es wieder die andere Seite von Leuten, die sagen so, ja, Kapitalismus ist doch alles, man sollte sich zurückziehen und meditieren von morgens bis abends und Geld ist nicht wichtig. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht immer noch um Umsetzen, es geht immer noch um Machen, es geht immer noch um Ziele erreichen, aber auch gleichzeitig den Weg zu genießen dahin. Alright? Das heißt, der Podcast ist online, checkt es ab, in den Shownotes ist der Link. Wir haben auch einen dazugehörigen Instagram-Account, liwan-lifestyle, wenn du uns da folgst, da posten wir regelmäßig Quotes, Zitate, Stories und wir haben auch ein cooles Format, dass wir die Podcast-Folgen live aufzeichnen. Das heißt, wir werden nächste Woche am 13. Januar um 13 Uhr, ich weiß nicht, wann du diesen Podcast hier hörst, werden wir einen Livestream machen auf Zoom, wo wir dann auch Fragen mit einbeziehen können und du dann sehen kannst, wie wir live den Podcast aufnehmen. Und die Episoden kommen jede Woche raus. Also jede Woche gibt es eine neue Episode. Alright? Also, das wollte ich mal mit dir sharen. Vielen Dank, dass du mir hier folgst auf diesem Account und ja, du kannst auch was gefasst machen, wenn du auch den Li Won oder Li Won Ne, ja, ich weiß, wie wir das aussprechen und wie das ausgesprochen wird und warum und was es genau bedeutet, das erfährst du in der ersten Episode, die heute rausgekommen ist. Also, ziehe es dir rein. Ich freue mich drauf und ich wünsche dir einen wunderschönen Rest des Tages. Peace out. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020